Wir sprechen heute über ein hochinteressantes Thema, ein Land, das bis vor kurzem eine der höchsten Mordraten unseres Planeten hatte. El Salvador. El Salvador ist gleichzeitig das erste Land, das den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. El Salvador ist jetzt gerade das Land, das den beliebtesten Präsidenten aller demokratisch gewählten Präsidenten weltweit stellt. Naib Bukele, seien Sie gespannt auf dieses Interview. Los geht's. So, starten wir mit dem Interview los. Herzlich willkommen, Herr Mock, und vielen Dank, dass Sie zum Interview bereitstehen. Ja, gerne. Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen gut beantworten kann. Das werden wir gleich mal sehen. Ich denke mal schon. Wir gehen mal ganz kurz auf Ihre Vita ein. Sie sind 1950 in Offenburg in Deutschland geboren und sind bereits 1989 nach El Salvador ausgewandert. Ein Land in Zentralamerika, das flächenmäßig sogar noch kleiner ist als Mecklenburg-Vorpommern. Was waren denn eigentlich Ihre Beweggründe dafür? Und wie ich ja schon im Vorgespräch mitbekommen habe, Sie sind ja ein extrem vielbereister Mann. Wo waren Sie denn schon überall? Ja gut, die Frage, wo ich überall war, das sind insgesamt 70 Länder, von denen ich mehr als ein Jahr in zwölf Ländern gewohnt habe. Also immer wieder offen habe. Aber mein Hauptquartier, um das zu sagen, war immer El Salvador. Und ich war eigentlich meistens in afrikanischen und asiatischen Ländern und auch teilweise in Südamerika, Bolivien und Peru und Guatemala. Aber die letzten drei Jahre bin ich eigentlich fast nur in El Salvador. Und ich habe dann die ganzen Entwicklungen hier so von Inside und von Outside ein bisschen mitbekommen. Als ich hierher kam nach El Salvador, da hatte ich eigentlich das Land überhaupt nicht gekannt. Ich habe dann nur durch zwei Dinge, habe ich von El Salvador gewusst. Das war einmal der Fußballkrieg von 1969. Das ist ja was, was mich damals als jünger Mensch ein bisschen interessiert hat, dass man wegen einem Fußballspielen Krieg anfängt. Was eigentlich von der Media auch verfälscht dargestellt wurde. Da ging es um Land in der Honduras und nicht um den Fußball. Aber die Medien mussten ja auch was zum Schreiben haben. Und das Zweite, das ich da wirklich noch mitbekommen habe, war das Erschießen des Erzbischofes Romero in der Kirche. Das hat mich damals wirklich interessiert. Und damals habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen mit El Salvador befasst. Aber ich war 1989 auf einem Seminar in Nairobi, Kenia. Und da habe ich einen Mann, einen Äquatorianer kennengelernt, der hier ein Maintenance-Projekt für das Gesundheitsministerium machte. Und irgendwann nach einem Jahr ruft er mich an. Damals gab es ja kein WhatsApp und kein E-Mail und sagt, Mensch, kannst du nicht zu uns kommen? Der Mann, der mir hilft, ist gestorben, kannst du nicht kommen? Wir bräuchten dich dringend. Da sage ich, mein Gott, El Salvador, das ist ganz toll. Und als Schmanderl haben sie mir dann noch drei Monate Sprachtraining in Guatemala draufgesetzt. Das war unheimlich toll. Als junger Mann mit Gehalt drei Monate Sprache zu lernen, das ist schon nicht schön. Und dann bin ich hier geblieben. Ich habe geheiratet, habe einen Sohn, der ist deshalb 30 Jahre alt und will eigentlich auch hier sterben, um das mal zu sagen. Okay, das sind interessante Aussagen. Vielleicht mal von meiner Warte aus, Herr Mock, für die meisten Menschen würde ich sagen, die sich jetzt dieses Video anschauen, die können übrigens das Ganze unterstützen, indem sie einen Daumen nach oben gehen und gerne auch Fragen reinstellen oder Ansichten, die sie selber haben, wie sie El Salvador von den Medien kennen. Die meisten Leute kennen das wahrscheinlich aus zwei unterschiedlichen Gründen. Erstens, dass El Salvador das erste Land ist, das Krypto, in dem Falle Bitcoin, als offizielles Zahlungsmittel angenommen hat. Das wäre auch gleich mal meine nächste Frage an Sie. Und das zweite ist wahrscheinlich, durch die unglaubliche Kriminalität, die dort vorherrscht, man kennt das mit diesen Bildern der Maras, die Mara Salvatrucha, diese Gangs, die sich oftmals hier voll tätowieren und so, sage ich mal, das Satanszeichen ins Gesicht tätowieren. Unglaublich hohe Mordrate, ein extrem gefährliches Land. Das sind so, sage ich mal, die Stichworte, die immer wieder in den Medien gekommen sind. Also Kriminalität und Kryptozahlungen, was ja wiederum was sehr Fortschrittliches ist. Jetzt mal meine Frage an Sie. Wie bemerkt man das denn im Alltag, was die Kryptozahlungen angeht? Ja gut, mit dem Krypto, unser Präsident, unser neuer Präsident Bukele, der will ja das Land reformieren. Ob man da jetzt mit allen Ideen, die er hat, einverstanden ist, sage ich mal, dahingestellt. Aber im Moment hat er 80 Prozent Zustimmung, was ich auch in meinem Bekanntenkreis so feststellen kann. Weil die Maras, ich gehe mal von den Maras aus, die Maras ist ja auf dem Land für 30 Jahre, jetzt haben die das Problem mit den Maras. Und es gab ja Zeiten, da wurden am Tag, glaube ich, 60, 70 Leute umgebracht. Und die Leute haben eigentlich resigniert. Es hat niemand mehr geglaubt, dass es eine Lösung geben wird. Und gut, der Mann ist jung, vielleicht ist er zu tüchtig und auch zu aggressiv, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt 70.000 Leute einsperren lassen, hat sich da wirklich Mühe gegeben, das Problem zu lösen. Und im Moment sieht es wirklich, also nein, es sieht nicht so aus, im Moment ist die Sicherheitslage wirklich extrem besser. Und man merkt es auch am Tourismus jetzt. Und dann seine zweite Idee war ja, dass er den Bitcoin anerkennt oder als Zahlungsmittel einsetzt und Surf City. Nach allen Experten hat Uganda die besten, ist eines der Länder, wo die besten Surfwellen hat. Gut, ich habe ja einen Freund, der hat eine Surfschule hier und ich treffe da Leute aus der ganzen Welt. Letzte Woche sogar Leute aus dem Iran und die sagen alle, es gibt nichts Besseres wie El Salvador. Und unsere neue Regierung will das als Marketing, ein Marketing-Issue, also ein Marketing-Auswerten. Und das zum Beispiel, wir hatten dies ja schon die Weltmeisterschaften. Und der eine Küstenstreifen heißt daher Surf City One und dann gibt es jetzt eine neue Surf City Two. Und da will er das in der ganzen Welt promoten, was mehr oder weniger schon funktioniert. Man sieht es an der Küste, wie überall jetzt kleine Hotels hochkommen. Und man kann eigentlich noch hoffen, dass es so weitergeht. Mit dem Bitcoin, da will er ja parallel die Bitcoin City machen. Und das hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Erstens mal, weil die das den Bitcoin gekauft haben, wo es auf 60.000 stand. Da hat er die falschen Berater gehabt. Ich hätte gerne sie vorgeschlagen. Ja, klar, da wäre man nicht so leichtgläubig reingegangen. Und jetzt kommen natürlich die ersten Leute, die kritisch sind zu der Regierung. Der guckt, was der Kerl mit uns macht. Der verspielt unser Geld. Und man merkt zum ersten Mal, dass es ein bisschen Gegenwind gibt. Aber an der anderen Seite, das weiß man jetzt nicht, wie es kommt die nächsten drei Jahre. Man hat letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass Google hier für 500 Millionen Dollar die ganze IT-Infrastruktur verbessern will. Das, was hier das Land braucht. Wir brauchen technische Berufe. Also Arbeitsplätze für technische Berufe. Wir haben praktisch nur Tourismus und ein bisschen Textilindustrie. Und die jungen Leute hauen deshalb ab, gehen nach Deutschland oder nach Amerika. und Australien und Kanada. Das sind so die drei Hauptländer, wo sie hingehen. Und offiziell, nicht? Die Leute, die keine Chancen haben. Ich weiß nicht, haben Sie gehört von den Karawanen, die es hier gab? Vor zwei Jahren. Das sind natürlich von den NGO aufgehetzte Leute, die eigentlich keine Ausbildung haben. Die wurden dann aufgehetzt und dann die Grenzen nach Mexiko geschickt. Tausende von Leuten. Ach so, das meinen Sie, ja, natürlich, klar. Also das hatte man damals, das war kurz vor der Wiederwahl Trumps, beziehungsweise kurz vor der Wahl, sollte ich sagen. Und da hieß es dann, diese Leute sind da an der Grenze. Und im Endeffekt sagen Sie selber, das sind von den NGOs aufgerüttelte Leute, die dann quasi auf die Reise geschickt wurden. Ja, ja. Ich meine, man hat hier die Wahl oder man hat die Möglichkeit, offiziell in Amerika zu arbeiten. Ich habe gerade letzte Woche wieder einen Kerl, der mein Auto in der Shopping Mall gewaschen hat. Er sagte, du sprichst aber gut Englisch. Er sagt, ich war zwei Jahre in Amerika, habe da irgendwo, also nicht hochqualifiziert gearbeitet, sondern am Hafen irgendwie was gemacht. Es gibt Möglichkeiten, nur ist es schwer für Leute, die kein Geld haben, keine Hilfe, solche Applikationen auszufüllen allein. Und wenn man hier morgens an die amerikanische Botschaft geht, das sind Schlangen vor der Botschaft, morgens um 6 Uhr schon mit 300, 400 Meter. Und wenn man dann, mein Sohn hat da gerade ein Visa beantragt, da werden einen Großteil wieder weggeschickt, weil sie einfach nicht wissen, was man machen muss, um ein Visa zu bekommen. Falsche Angaben und all das Zeug. Jetzt ist ja die Situation in El Salvador, um da vielleicht ein bisschen geschichtlich zurückzugehen, woher denn diese Kriminalität kommt. Es gab ja einen Bürgerkrieg zwischen 1980 und 1991 in El Salvador, der sehr blutig abgelaufen ist. Da wurden auch viele Waffen ins Land reingebracht. Und dabei sind dann viele Leute auch illegal geflüchtet in die USA. Die USA hat dann wiederum, ich meine, es war in den 80er Jahren viele dieser illegalen El Salvadorianer, die meistens in Kalifornien waren, wieder zurückgeführt nach El Salvador. Und diese Leute hatten sich in den USA zu Gangs formiert. Eine dieser bekannten Gangs ist eben die MS-13, die Mara Salvatrucha gewesen. Und dann gibt es eben noch andere rivalisierende Gangs. Und diese Gangs wurden wieder zurückgebracht ins Land, welches dann immer noch die Waffen des Bürgerkriegs hatte. Und dadurch kam es dann zeitweise zu einer Mordrate, die hundertmal höher war als in Deutschland. Und dann galt El Salvador lange als das gefährlichste Land der Welt. Jetzt Frage an Sie, Herr Mock. Ist das ein Problem der Großstadt gewesen oder auch ein ländliches Problem? Man kann sagen, die Maras hatten auch Gebiete in der Großstadt in San Salvador unter Kontrolle. Da musste man praktisch Zoll bezahlen. Aber das Hauptproblem war in den Dörfern draußen, wo die Maras praktisch die Dörfer kontrolliert haben und auch die jungen Leute praktisch dazu gezwungen haben, mitzumachen. Und man hat es weniger, mehr oder weniger war das sogar eine stillschweigende Abmachung. Da sind die Maras, die lassen wir in Ruhe. Aber die Leute haben natürlich auf dem Dorf viel gelitten. Und die sind auch die Hauptgewinner im Moment. Man sieht es daran, dass die Kirchenfeste wieder aufleben. Und eigentlich auch so, dass man ohne Angst wieder durchs Land fahren kann. Ich meine, ich fahre immer mit dem Motorrad überall hin. Was ja eine unglaubliche Entwicklung ist, wenn man sich überlegt, woher das Ganze eigentlich kommt. Also wie schlimm das davor war. Schauen wir uns mal an, woran das denn liegen könnte. Ich meine, wir haben hier eine sehr, sehr interessante Person. Der Präsident, der aktuelle Präsident El Salvador, Naib Bukele. Der mit 37 Jahren, was ja ein sehr junges Alter ist, Präsident von El Salvador wurde. Und direkt mal angefangen hatte, mit rabiatesten Mitteln durchzugreifen. Also das bedeutet, dass eines der größten Gefängnisse weltweit erbaut worden ist. Wir können das gerade auch mal mit Bildern hier einblenden. Mit einem Fassungsvermögen von über 40.000 Menschen. Und wenn man sich da so Videoaufnahmen von oben anschaut. Also ich sage das mal ganz ehrlich. Da kamen mir schon so die Bauten, die dort drin sind. Das sieht aus wie ein bisschen wie ein Auschwitz. Ich sage es mal ganz ehrlich, so wie ich es wahrgenommen habe. Also von der Größe her, vom Aufbau des Lagers. Das ist ja ein Lager. Sieht natürlich jetzt heute sehr modern aus. Nun muss man aber sagen, dass er dadurch, dass er, man schätzt hier irgendwo 50.000, 60.000 Menschen festgenommen hat, diese Gangs mit absoluter Härte quasi begegnet ist. Da ist die Armee rausgegangen mit vollautomatischen Waffen, hat diese Leute quasi hereingesteckt und hat die weggepackt. Und sie sagen, man spürt das wirklich. Ich meine, wir reden hier von einem der gefährlichsten Länder der Welt, welches nun eines der sichersten Länder der Welt ist. Und Herr Bukele, Sie sprachen ja gerade von 80 Prozent. Ich habe hier zwei unterschiedliche Umfragewerte von unterschiedlichen Firmen, die die erstellt haben, die aber als realistisch gelten. Und die sind zwischen 81 und 91 Prozent. Damit wäre der Präsident El Salvador, Naib Bukele, der aktuell populärste Politiker auf der ganzen Welt, wenn wir uns demokratisch gewählte Führer anschauen. Nehmen Sie das auch so wahr? Ganz bestimmt. Ich sage ja, ich habe ja, ich treffe ja mich auch mit der ausländischen Community hier. Und da verirrt sich auch ab und zu mal ein Botschafter hin. Und die sind ja sehr vorsichtig mit Comments, weil sie ja auch schnell falsch interpretiert werden können. Aber auch die haben mir zugestanden. Das ist unglaublich. Unglaublich. Vor einem Jahr hat der britische Botschafter oder einer von der britischen Botschaften mir gesagt, gab es noch richtige Sicherheitsanweisungen. Alles weg. Und was ich halt immer wieder sehe, dass die Touristenzahlen in die Höhe gehen und dass die Leute unten, also die sind 100 Prozent in dem neuen Präsidenten, weil die spüren sie jetzt im Geldbeutel. Und das ist mal, was halt noch, sorry, was heute noch fehlt hier. Die Leute brauchen jetzt eine ökonomische Perspektive. Und das muss, das muss jetzt das nächste Ziel sein. Jetzt gibt es ja im Land extrem viel Zustimmung. Die Leute verehren Bukeli. Allerdings gibt es von außen wiederum Menschenrechtsorganisationen, die der Meinung sind, dass ein Verhalten gegenüber den tatsächlichen oder vermeintlichen Kriminellen zu streng sei. Nun könnte man ja sagen, wo gehobelt wird, fallen auch Späne oder der Zweck heiligt die Mittel. Das wäre jetzt der Spruch, der mir da einfallen würde. Sie sagen aber, die Bevölkerung sieht das sehr positiv, denn von außen heißt es wiederum, er würde viel zu hart durchgreifen. Ja gut, wenn sie mal 30 Jahre darunter gelitten haben, ist es ihnen eigentlich egal. Also ich sage das in Anführungszeichen. Also ich war da letztens bei so einer Gruppe und da habe ich das Problem ein bisschen angesprochen. Und ich meine, wir als Deutsche müssen schon ein bisschen vorsichtig sein. Übrigens, das Läng hier für diese Gefängnisse ist das LED Auschwitz. So wird es hier genannt bei den Leuten. Ach, ist das auch. Aber ich habe hier Leute am Tisch gehabt und habe gesagt, eines muss uns aber klar sein. Bei diesen vielen Gefangenen sind mit Sicherheit 10% drin, die da eigentlich, es ist eine Schätzung von mir, hat nichts zu sagen. Aber da sind einige Leute drin, die eigentlich gezwungen wurden. Und da war die Meinung, das ist uns egal. Wir wollen, wenn es so weitergeht mit der Sicherheit, tun wir das gerne für Schmerzen. Was natürlich auf ganz lange Sicht natürlich auch zu Problemen wiederführen können. Der Schlüssel zum Erfolg wird die ökonomische Perspektive sein. Absolut. Ich möchte das nochmal ein bisschen aufgreifen, weil ich finde das schon sehr, sehr interessant, wie er sich jetzt hier, also der Präsident Bukele positioniert hat und welchen deutlichen Worten er das ausgedrückt hat. Nachdem sich nun die Vereinten Nationen besorgt gezeigt haben, weil Bukele einen Ausnahmezustand ausrief, nachdem an einem einzigen Wochenende 81 Menschen in El Salvador von den Gangs ermordet wurden. So hat es ja ganz sehr angefangen. Also es gab eben diesen, wenn man so möchte, Massenmord oder dieses große Event mit vielen Toten. Und dann hatte er da richtig durchgegriffen. Er hat das Ganze dann gekontert mit einer öffentlichen Aussage über die sozialen Medien. Ich zitiere das mal. Lassen Sie alle Menschenrechts-NGOs wissen, dass wir diese verdammten Mörder und ihre Kollaborateure vernichten werden. Wir werden sie ins Gefängnis stecken und sie werden nie wieder herauskommen. Wir scheren uns nicht um ihre erbärmliche Berichterstattung, ihre bezahlten Journalisten, ihre Marionettenpolitiker oder ihre berühmte internationale Gemeinschaft, die sich bislang nie um unser Volk gekümmert hatte. Wir werden unser Land heilen und diese Plage vollständig beseitigen. Bringen Sie Ihre gescheiterten Rezepte woanders hin. Ich meine, hier mal aus der deutschen Betrachtung, wenn wir uns das gerade die Situation in Deutschland anschauen, die quasi gegensätzlich zu El Salvador. In El Salvador kommt man aus einem tiefen, tiefen Tal heraus und es gibt jetzt gerade eine Zeit der Besserung, weil hart durchgegriffen wird. In Deutschland kommen wir eigentlich von sehr hohen Höhen und gehen gerade in dieses Tief hinab oder in dieses Tal hinab. Und ich könnte die Leute ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sie das irgendwie anders sehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ja immer mehr politische Führer sehr gereizt reagieren, wenn solche Moralinen, Verbesserungsvorschläge oder aus dem Westen kommen, dass der Westen einem erklären möchte, wie der Lebensentwurf in anderen Teilen der Welt auszusehen hat. Es stecken da ja erstmal sehr viele Anschuldigungen drin. Wie meinen Sie, war es möglich, diese Gewaltexzesse zu minimieren? Ging es einfach nur darum, diese ganzen Leute einfach massenweise festzunehmen? Ja, das war natürlich, niemand hat geglaubt, dass jemand den Mut hat, sowas zu machen. Nur, ich meine, die Gefängnisse sind ja nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Da hat man schon im Hinterzimmer drüber geplant. Aber warum die Leute ein bisschen Angst haben, kommt auch daher, man spricht in Südamerika schon vom Bukalismus. So, Honduras denkt laut drüber nach, Bolivien und Peru auch ähnliche Maßnahmen einführen, einzuführen. Man muss sich natürlich klar sein, die Tür zum Missbrauch ist natürlich schnell offen. Politische Gegner und so. Es wäre schön, wenn der Präsident auch eine Lösung hätte, dass die Leute irgendwie eine Lehre machen könnten. Und ich glaube, mein Sohn hat mir gestern noch angerufen, dass man da versucht, jetzt so eine Art Vocational Training anzubieten in den Gefängnissen. Und vielleicht, dass man sie dann so langsam wieder in die Gesellschaft integriert. Aber die nächsten zwei, drei Jahre wird da nichts passieren. Also ja, Sie meinen eine Art Resozialisierung dieser Menschen. Ja, ich glaube nicht, dass man 70.000 Leute 30 Jahre einsperren kann. Das wird auch gut. Ich meine, wie gesagt, ich sehe das ja auch nur von außen. Ich meine, wohlgemerkt, möglich wäre es, weil schauen wir uns das Land an mit der höchsten Pro-Kopf-Gefängnisrate auf der Welt. Das ist ja nicht etwa, keine Ahnung, Nordkorea oder so, sondern wir kennen es. Der engste Verbündete Deutschlands, die USA, Platz Nummer eins weltweit, die riesige Gefängniskomplexe haben, die privatisiert sind. Also auch die private Wirtschaft der Gefängnisbetreiber ist sehr daran interessiert, dass die Gefängnisse voll sind. Das sollte ja vielleicht auch mal ausgesprochen werden, was eben dazu führt, dass sie dauerhaft voll sind. Aber ja, da gibt es eben doch durchaus jetzt Überlegungen. Wie geht man natürlich damit um mit dieser Masse an Menschen? Sie sprechen ja von 50.000 bis 70.000 Menschen. Ich hätte noch zum Abschluss eine Frage an Sie, Herr Mock. Das finde ich sehr interessant. Wie sieht Ihrer Meinung nach aus der aktuellen Betrachtung die Zukunft El Salvador aus? Und wäre das für Sie, wenn Sie jetzt zu Leuten sprechen, die das zum ersten Mal hören, ein Land, wo man sagt, da kann man sich in Zukunft oder jetzt schon niederlassen? Ja gut, das ist wie gesagt, wenn die ökonomische Perspektive für die jungen Leute gut wird, El Salvador ist ein super Land, muss man sagen. Also auch die Landschaft, die Vulkane, auch das Tourismusangebot jetzt für Jugendliche und allen Dingen das Surfen, und es ist sehr attraktiv für Leute, die Kleininvestoren und das Government plant gerade, ich habe leider noch keine App-Zahlen gekriegt, das Land attraktiv zu machen für technische Firmen. Also alles, was mit IT und Bitcoin zusammenhängt. Und vielleicht kommt noch der große Tag, dass wir Bitcoin City sehen. Also und die Leute kommen noch was dazu. Ich habe, wie gesagt, in 70 Ländern der Welt gearbeitet. Ich habe kein Land gefunden, wo die Leute so freundlich sind. Und ich habe also nicht böswillig zu meinem Sohn die Woche gesagt, die Leute sind geboren für Service. Also nicht böswillig. Und auch das Hotel ist das teuerste Hotel, wo mein Sohn arbeitet, in Washington. Da hat er 50 Prozent Salvatoreno eingestellt. Ich meine, es ist wirklich so, wenn man das vergleicht mit dem Kaufhaus in Frankfurt, zu einem Hertie oder so, da denke ich immer, mein Gott, was ist das für ein Unterschied. Und man kann es kaum glauben, was man liest, wie schlimm die Maras waren. Die waren wirklich schlimm. Die haben vergewaltigt, die haben Leute erschossen und alle. Aber ich meine, bestimmte Situationen machen alle Menschen zu anderen Menschen. Sagen wir es mal vornehm, drücken wir es vornehm aus. Also das Wetter, da kommt noch was dazu, das tolle Wetter, was wir haben. An der Küste immer 28, 27 Grad bis 30. Und wie ich lebe auf 1000 Meter Höhe. Ich habe da nachts 16, 17, tagsüber 25, 27. Ewiger Frühling. Und das mag vielleicht auch nicht jeder, aber ich mag es wegen meinen kaputten Knochen schon. Wegen meinen Geländen. Ewiger Frühling hört sich für mich doch eigentlich sehr gut an. Und ich finde das auch sehr versöhnliche Töne, die Sie da haben. Überhaupt sehr positiv, wie Sie darüber sprechen. Sehr interessant, so ein weitgereister Mann. Das ist wirklich eine ganz tolle Lebenserfahrung auch über die Welt, die Sie da gemacht haben. Ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. Herr Mock, vielleicht noch zum Abschluss. Sie sind da auf mich zugekommen. Ich habe dem Interview zugestimmt. Ich fand das toll, auch mal wieder mit jemandem zu reden, der an einem ganz anderen Ort der Welt wohnt. Über den wir eben nur medial irgendwas hören. Das ist so, das ist so. Das ist immer sehr einseitig. Und man hört es eben nie so genau und so authentisch wie von jemandem, der da war. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, gerne.